Das ist Peter. Peter hat ein Hobby. Peter sonnt sich gern. Aber es gibt ein Problem. Peter bekommt schnell Sonnenbrand. Das tut weh und Peter ist sauer. Aber Peter, wusstest du nicht, dass dieselbe Energie, die deine Haut verbrannt hat, unsere Energieprobleme lösen kann? Denn die Sonne liefert noch für 5 Milliarden Jahre Energie. Atom- und Kohlekraftwerke laufen nur 30 bis 45 Jahre. Aber das Potenzial der Sonne ist noch viel größer. Was glaubst du zum Beispiel, wie groß eine Fläche mit Photovoltaikanlagen in der Sahara sein müsste, um den kompletten Energiebedarf der Weltbevölkerung zu decken? Das entspräche einer Fläche von nur 700 mal 700 Quadratkilometern. Dies kannst auch du nutzen, um dein Zuhause mit Energie zu versorgen. Den Strom für ein Jahr könntest du nämlich mit 300 Kilogramm Kohle produzieren. Die gleiche Energiemenge schickt die Sonne im Jahresverlauf aber auch auf 2,5 Quadratmeter. Du siehst, wenn du auf Sonnenenergie baust, sparst du eine Menge Kohle. Außerdem, Peter, wäre es ohne die Sonne minus 180 Grad kalt auf der Erde. Also statt dich über die Sonne zu ärgern, solltest du lieber Sonnencreme verwenden.